That's the way you do it! Das wird sich aber in nächster Zeit ändern, weil ich jetzt tief in der Planung drinstecke für weitere Videos und zu überarbeitende Videos. Das hatte ich auf Facebook gepostet und es kann auch sein, dass ich das in irgendeinem Video mal erwähnt hatte, dass ich einige meiner alten Videos überarbeiten werde und die Liste ist jetzt doch länger geworden, als ich eigentlich vorhatte. Aber ich werde einige der Videos überarbeiten, wo ich zum Beispiel denke, dass die Qualität nicht mehr stimmt, ich zum Beispiel Fehler im Video gemacht habe oder dergleichen. Und diese ganzen Videos werde ich dann, sobald ich sie neu aufgenommen und hochgeladen habe, auf nicht gelistet setzen und in eine ganze Playlist packen. Falls euch also mal die Nostalgie packt, könnt ihr da einfach wieder nachschauen. Ich werde sie auch einfach online lassen, einfach um, weil das hatten Leute schon bei früheren Videos gesagt, um diesen Weg einfach klar sichtbar zu haben, den ich wirklich gebracht habe, Anfang 2012 bis jetzt. Und von daher, die Videos werden auf jeden Fall online bleiben, nur halt auf nicht gelistet stehen und in dieser Playlist dann vorhanden sein. Wann ich komplett fertig sein werde mit den Videos, weiß ich persönlich selber auch noch gar nicht. Ich bin momentan noch dabei, die ganzen Skripte zu schreiben und mittlerweile habe ich so 70 bis 80 Prozent ungefähr fertig. Was die, ich nenne es jetzt mal, Performances und sowas angeht, wie zum Beispiel auch bei den Flourishes, also die Grifferklärung an sich und bei Tricks generell die Abfolge. Aber zum Beispiel muss ich noch bei einigen Tricks und bei einigen Flourishes den Hintergrund raussuchen, falls ich denn überhaupt einen finde. Aber das ist halt noch die Sache. Das braucht noch ein bisschen Zeit, aber ich versuche mich da jetzt ranzuhalten und in nächster Zeit was aufzunehmen und dass ich das dann in den nächsten Wochen oder leider vielleicht auch Monaten erst hochgeladen bekomme. Zwischendrin wird vermutlich dann das ein oder andere Video einfach so folgen, weil ich euch dann auch nicht so lange warten lassen wollte. Zum zweiten Punkt, Livestreams, hätte ich eigentlich nur Fragen an euch, weil der erste Livestream, erst vernünftige Livestream muss man ja wirklich sagen, den ich letztens gemacht hatte, lief ja wirklich gut und beinahe reibungslos und deswegen wollte ich euch einfach fragen, was ihr euch für kommende Livestreams einfach vorstellen würdet, was ich zum Beispiel ansprechen sollte, wie ich sie aufbauen sollte, was ihr gerne sehen würdet, weil da geht es ja wirklich fast nur von euch aus, was ihr denn da machen wollt, worüber ihr reden möchtet oder wie ich die Streams an sich aufbaue und das baue ich mir dann halt so zusammen, wie es gerade am besten passt. Aber wenn ich halt nur dem anspreche, die keiner hören will, wird der Stream auch nicht so wirklich werden. Von daher sagt mir einfach mal, was ihr gerne hören würdet und dann schreibe ich mir das mal auf und schaue mal, wie ich das am besten in einen Stream verpacken kann, weil in nächster Zeit wollte ich doch ein paar Livestreams noch machen, weil es wie gesagt ja so groß ohne Probleme funktioniert hat. Zum dritten und letzten Punkt, dem 50.000 Abonnenten Special, wollte ich euch nur kurz mitteilen, dass ich Abstand nehme von meinem eigentlichen Plan, ein Projekt von mir zu verwirklichen, was ich in einigen alten Facebook-Posts mal erwähnt hatte. Das werde ich nicht machen, weil es zeitlich für mich nicht umsetzbar ist, ich werde aber dennoch ein 50.000 Abonnenten Special machen, nur das wird vermutlich ein Gewinnspiel sein. Wie das genau aufgebaut sein wird und wie das mit den Preisen aussieht, werde ich vermutlich zum Zeitpunkt dieses Videos noch mit MysticMagic oder Spielkartenshop.com am besprechen sein. Von daher weiß ich es zu diesem Zeitpunkt zur Aufnahme des Videos selber noch nicht, wie es ganz genau aussieht. Aber ich habe schon gewisse Vorstellungen und sobald da alles in trockenen Tüchern ist, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und das wäre es dann soweit zu diesem Video. Ich hoffe einfach mal, dass euch dieses Update-Video hier als kleiner Filler gefallen hat und dass ihr mir in dem Sinne verzeiht, dass ich in letzter Zeit kaum Videos hochladen konnte, beziehungsweise auch gar keine seit Januar bis auf den Livestream. Und ja, von daher hoffe ich einfach mal, dass ich in nächster Zeit besser Videos uploaden kann und mehr zur Videoproduktion komme. Und das wäre es dann soweit von mir. Ich mache natürlich auch in diesem Video einen kleinen Abspann. Ich mache ein klein wenig Werbung für MysticMagic. Link findet ihr überall unten in der Videobeschreibung zum Shop und zur Facebook-Seite. Dann habe ich auch noch eine eigene Facebook-Seite, facebook.com slash alertmagic oder facebook.de slash alertmagic. Da bleibt ihr dann auf dem Laufenden, was Uploads, News etc. angeht und bekommt auch einige Zusatzinformationen abseits von YouTube. Dann habe ich auch noch eine To-Do-Liste, die ihr sowohl auf YouTube unter dem Kanalreiter About oder Kanalinfo finden könnt. Oder auf meiner Facebook-Seite unter Notizen. Und ganz zum Schluss habe ich dann auch noch eine To-Do-Liste. Ach ja, eine Deckwahl-Erleichterung, Entschuldigung, die ihr sowohl hier unten in der Videobeschreibung finden könnt. Da ist ein Video verlinkt, wo ich alles fein säuberlich dazu erkläre, als auch auf Facebook. Da ist aber auch das gleiche Video verlinkt, also ihr werdet zum gleichen Video weitergeleitet. Da habe ich alle meine Decks katalogisiert, an einigen Gesichtspunkten sortiert und ihr könnt dann einfach Decks auswählen, indem ihr bei Dropdown-Menüs gewisse Angaben macht. Und könnt dann einfach mal schauen, was ich zum Beispiel von dem Deck halte. Oder falls ihr selber mal schauen wollt, was ihr euch vielleicht als nächstes Deck holt, könnt ihr da einfach nachschauen. Und das wäre es dann soweit zu diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. See ya!